Hi ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem Video von mir. Und zwar geht es heute um die 7 Tage Challenge. Ich habe mir gedacht, da ich nicht wirklich Lust habe auf normale Bücher und ich habe auch total wenig Lust auf Lesen bin, dachte ich mir, machst du halt ein bisschen was anderes. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich ein 7 Tage Lesen Manga Challenge mache. Genau, und heute fängt es an, also der 22. Juli 2016. Es geht eine ganze Woche, also bis Freitag nächste Woche. Und ja, dazu habe ich noch überlegt, dass ich mir noch einen Comic durchlese, weil diesen Comic habe ich schon ziemlich lange und ich möchte ihn halt wirklich mal endlich durchlesen. Hier geht es halt um Deadpool. Ja, und dazu werde ich auch mal meine allererste Rezession schreiben und ich freue mich schon auf das Comic oder den Comic, genau. Dann habe ich eigentlich vor, meine Manga Love Story anzufangen. Band 1 und dann Band 2 und den dritten Band. Und ich habe mir halt überlegt, jeden Tag drei Mangas durchzulesen. Ich habe halt nicht so viele hier, deswegen sollten drei am Tag eigentlich total genügen. Und das wären 21, ich glaube, das reicht wohl kaum aus mit dem Deadpool, weil dafür werde ich wahrscheinlich schon ein bisschen länger brauchen. Man muss sich wirklich konzentrieren für den Comic. Genau. Wer Lust hat mitzumachen, ich würde mich sehr gerne freuen. Und schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Und dann sage ich einfach viel Spaß beim Lesen und viel Spaß mit den nächsten Videos. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.